moin hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute gibt es ja eigentlich noch eine shakes and fidget ja bevor das video losgeht wollte ich eine kleine ankündigung machen und zwar morgen um 15 uhr streamen wir mal wieder es ist mal wieder soweit wir packen es mal wieder aus und ja das ist der 7.2 und dort werden wir ab 15 uhr live stream und zwar natürlich fangen wir an mit shakes and fidget und werden da natürlich ein bisschen hier und da mal schauen was auf den ganzen charts so geht werden überall die alu spielen werden überall den daily stuff machen und ja wenn wir damit durch sind soweit also wenn wir mit shakes und fidget durch sind habe ich bock habe ich wirklich bock in letzter zeit spiele ich es relativ viel privat und deswegen wollte es einfach mit rüber nehmen in den stream weil sich das denn ja halt ja anbietet und zwar ist das hartstone hartstone wer es nicht kennen sollte ein kartenspiel von blizzard im wow universum kann man das so beschreiben einigermaßen ja auf jeden fall spiele ich das in letzter zeit öfter mal privat und da ich mir gedacht ja wenn man es spielt kann man es dann auch gleich stream so und deswegen werden wir uns dann morgen ja einen schönen nachmittag schrägstrich abend machen wie lange das ganze geht keine ahnung werden wir sehen auf jeden fall wird es ein bisschen ein bisschen was werden denke ich mal also wie gesagt angefangen mit sf danach hartstone und ja ist open end ab 15 uhr geht es los ich hoffe ihr seid dabei und ja seid auch vielleicht mal offen für was neues so also ist ja auch ein relativ ruhiges gediegenes spiel so eine schrägstrich ist ja jetzt auch nicht so action geladen ich habe zwar auch früher sehr viel shooter und sowas alles gespielt also wo halt wirklich die die post abgeht sage ich mal wie bei der wie wir wie bei dhl und ja also das habe ich aber schon ewigkeiten jahre nicht mehr gespielt bin ich wahrscheinlich erst mal raus weil bei ego shooter muss man immer eine übung bleiben so ein bisschen ich würde schnell wieder rein fahren aber momentan gibt es halt auch keine richtig geilen spiele die mich so catchen wirklich und ja hartstone habe ich damals 2014 gespielt 2015 war dann so mein high peak sag ich mal und dann habe ich nachher ende 2015 glaube ich aufgehört irgendwann und habe seitdem her nicht mehr gespielt jetzt seit weiß ich nicht ein zwei wochen vielleicht wieder angefangen so und deswegen muss ich da auch erst mal wieder ein bisschen rein finden aber ich auf jeden fall bock drauf so gut wir kommen zum video ja genau ich wollte was zeigen und zwar hierbei aber wo ist es tatsächlich schon wieder passiert dass wir wieder einen neuen besten zwei raus gelassen haben hier ohne dass er diesmal ja ohne dass er schon schon wieder fällt ja also alles was jetzt am besten schweiß kommt da hätte auch einfach fallen können das wäre gar kein problem gewesen aber nein der arglistige halunke ja dieser schlendrian ja dieser halodri muss sich das schon wieder über anders überlegen und ich habe mir selbst den schwein noch nicht angeschaut das ist jetzt der schwein der besagte da werden wir mal reinschauen einfach ja was wir diesmal angerichtet haben hier beziehungsweise was er uns angerichtet hat denn das kann ja nicht angehen ja wie ihr wisst schon ein gewisses elektrogerät wenn halt eben die steckdose fehlt das ja der aber wo schon wieder hier ganz knapp überlegt hat überlebt hat so mark fahrt muss ja richtig ein rausgezückelt haben hier ein paar paar kritz sind dazwischen aber jetzt auch nicht die high tier class tritts ja da kritz da sind schon ja da waren ein zwei dabei jetzt noch vielleicht okay gut die letzten drei treffer die waren entscheidend die kunigunde macht hier jetzt nicht allzu viel denke ich mal kann sie aber auch nicht weil es halt magier also mark fahrt hat gut vorgelegt kunigunde tut ihr übriges so wenn die ein paar mal hintereinander krisse dann macht ihr natürlich auch schaden hier sieht das aber hält halt auch nichts aus so was haben wir gemacht wir müssen ja auch richtig reingekloppt haben jetzt hier ich bin gespannt was wir für krit treffer rausgehauen haben mal gucken was wir gleich sehen auf jeden fall ist es wieder einer der unter einem jade ist ein schwein so zwei milliarden schon wieder zwei milliarden krit treffer ja und das ist jetzt mein bester versuch gegen den arglistigen aber wo er ist auf 719 millionen runter und ja kann nicht sein oder das kann nicht sein dass der schon wieder so knapp überlebt hat so mein letzter bester zwei war auf eine ganz ganz knappe milliarde so und jetzt sind wir hier einfach auf 719 millionen ja also auf jeden fall wird da liegen bevor es denn ja bevor denn der legendary dungeon kommt weil zum letzten der redanschen ihr wisst ja meine pläne da möchte ich schon ganz gerne stufe 600 glatt erreicht haben um halt eben ja mich mit stufe 600 neu zu equipen und ja es würde mich triggern irgendwo wenn es jetzt nicht so wäre wenn ich jetzt mich equipen würde ab stufe 599 oder 601 oder so also es wäre schon cool wenn es direkt passen würde dass wir mit stufe 600 uns komplett neu legendär ausrüsten aber wenn es halt nicht sein soll dann soll es nicht sein auf jeden fall werden wir uns neu equipen zum nächsten kommenden legy dungeon und wenn wir dann 599 sind oder 601 keine ahnung je nachdem dann ist das so ja aber trotzdem werden wir da neues equipment uns grabben weil es halt schon wirklich sehr 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 lange her ist und ja ihr kennt ja meine politik ich bin eigentlich nicht so der fan von mich regelmäßig neu zu equipen weil es halt einfach einfach nichts mehr bringt so großartig in dem step punkte bereiche und ja deswegen macht es auch nicht wirklich sehr viel sinn wir gucken was haben wir hier dreimal bier trinken 323 millionen kriegen wir hier das schmeckt auf jeden fall und dann gucken wir mal was uns der würfelspieler noch hier so anbietet heute ja mal schauen kristalle nehmen wir gerne mit gold nämlich eigentlich noch lieber mit muss ich sagen deswegen hier auch auf gold so was haben wir noch holz brauche ich nicht unbedingt ja also hier werden langsam die rohstoffe auch knapp muss ich sagen deswegen habe ich gerade überlegt ob ich vielleicht nicht doch ab und zu mal die ein oder andere holz oder stein mitnehmen soll weil meine mine ist jetzt auf stufe 80 glaube ich na ja und ein ausbau kostet 300 millionen holz und 100 millionen steine und ich ja ihr seht jetzt die ressourcen die sind jetzt bei mir nicht so prall gefüllt also klar diese natürlich über dem limit aber die sind immer über dem limit so allerdings könnten die halt bis zu ja zwei milliarden halt hochgehen also ein bisschen potenzial ist da noch wenn ich einmal die mine ausbaue dann bin ich hier schon wieder in einem bereich wo ich schon wieder meine sammler abholen könnte was natürlich cool ist so ne aber ja sie werden halt eben knapp die ressourcen und das ist halt problem irgendwo ja dadurch dass ich halt auch auf dem server hier überhaupt keine angriffe mache weil hier auch jeder voll schutz hat drin und der verteidigung ausgebaut und als ich bin durch der einzige der das nicht hat ich möchte aber auch nicht so krass abgefahren werden weil es können sich ja immer noch das könnte ich vielleicht auch das könnte ich eigentlich mal probieren musste ich mal irgendwie jemanden fragen oder so aus der gilde vielleicht jetzt stefan hier unten ja denn der no spam ich weiß gar nicht ob der meine videos schaut ja wenn ja dann dann schreib mal was aber dann könnte man natürlich auch so eine taktik machen wie dass er also wenn wir den gleichen gegner der muss auch im gleichen festungsrang bereich sein so das ist dann schon wieder das wird schon wieder kritisch denn um den gleichen gegner zu finden dann greift er mit den ersten 45 soldaten so proof an hat er schon mal seine bogenschützen und kampf magier vielleicht raus so oder geschwächt und dann komme ich mit den nächsten 45 und grab mir einfach die 28 mille und die 9,5 million steile muss natürlich auch gegner sein der sich lohnt es gibt natürlich noch leute die noch mehr ressourcen haben für fünf millionen gold will ich hier jetzt aber auch nicht wechseln das sind unverschämte preise hier auf dem markt und das ist ein halber skill punkt ist dass das macht man nicht also das macht man nicht ne ja wir sind sonst hier platz eins auf dem server ich muss mal gucken sind wir momentan sind wir momentan ich glaube nicht wir sind glaube ich momentan nicht auf s 31 vertreten da ist der teufel der uns gerade vertritt unseren server hier magier gegen magier random battle des todes random hat gewonnen in dem falle und ja das soll es eigentlich auch schon für heute soweit gewesen sein eigentlich mehr oder weniger eine kurze ankündigung dass es morgen halt wieder seit sehr langer zeit mal wieder ein stream gibt habt aber auf jeden fall sehr bock drauf und ich hoffe ihr habt es auch ansonsten war es das soweit von meiner stelle aus ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe wir sehen uns morgen um 15 uhr im live stream wieder ansonsten wünsche ich euch noch einen superschönen tag vielen lieben dank fürs zuschauen haut rein und bis zum nächsten mal